Moin Leute, was geht? In diesem Video zeige ich euch die Münzen zu Spawnzyklus 1. Was ihr dafür braucht, ist ganz simpel. Und zwar zuallererst braucht ihr die Sammlertasche. Diese gibt es bei Madame Nazar für 15 Goldbarren zu erwerben. Des Weiteren braucht ihr den Spaten und den Metalldetektor. Damit auch ihr alle 15 Münzen finden könnt, werde ich euch auf der Karte zeigen, wo diese sind. Und für einen besseren Überblick werde ich ein Stück rauszoomen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Ich hoffe ich konnte euch mit diesem Video helfen Vielleicht ein paar extra Dollar dazu zu verdienen Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und Tschau Musik 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 Musik